Oh mein Gott, ihr seht es schon. Ich bin hier in einer Lobby mit E-Quark und Hyra. Und wir werden in diesem Video ein 1 vs 1 Turnier mit den beiden machen. Wir werden schauen, wie gut ich gegen die beiden spielen werde und wer von beiden besser ist. Let's go! Nein, Mann! Nein, Junge, er zieht mich so hart ab, Mann! Oh ja! So, Freunde, passend zum neuen Jahr gibt es noch eine richtig nice Supercell-Box-Verlosung an euch. Und zwar habe ich insgesamt drei Boxen an euch zu verlosen. In jeder Box, Freunde, sind richtig nice Inhalte, beispielsweise einfach euer eigener Plüsch-Spike. Um das Ganze zu gewinnen, müsst ihr mir einfach auf Instagram folgen. Ich heiße lukasbrawlstars auf Instagram. Dann noch mein neuestes Bild kommentieren. Ihr seht hier das Bild, was ihr kommentieren müsst und natürlich das Bild liken. Und schon nehmt ihr automatisch teil. Das Gewinnspiel wird aufgelöst in zwei Wochen, das heißt am 14.01. Viel Glück! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, ihr seht es schon. Ich bin hier in einer Lobby mit E-Quark und Hyra. Und wir werden in diesem Video ein 1 vs 1 Turnier mit den beiden machen. Einmal gegen E-Quark, er hat über 50.000 Pokale. Und gegen Hyra, er hat auch 50.000 Pokale, Leute. Das ist so geisteskrank. Die beiden sind aktuell natürlich Platz 1 und 2 global. Und ich habe es einfach geschafft, beide in einem Video zu bekommen. Wie krank ist das? Sogar die beiden werden dann noch gegeneinander antreten in einem 1 vs 1. Das heißt, wir werden sehen, welcher von beiden ist besser. Zumindest in dem 1 vs 1. Wird ultra krass. Beide sind natürlich in der Beschreibung verlinkt, Leute. Abonniert Hyra, abonniert E-Quark und lasst Grüße da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Haben sie sich verdient, Leute. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal los. Zusätzlich ist es übrigens so, Leute. Wenn E-Quark gegen mich gewinnt, bekommt er 110 Euro Preisgeld. Also 2.000 Gems. Und dasselbe gilt für Hyra. Wenn Hyra gegen mich gewinnt, bekommt er auch 110 Euro. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auch für die beiden. Bin mal sehr gespannt. Ich denke, beiden werden mich ordentlich hops nehmen. Aber ich bin mal gespannt, Leute. Wir werden sehen. Und ja, Mann. So, Leute. Auf jeden Fall hat sich hier der Kollege für Colt entschieden. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe gar keine Ahnung, Leute, wie das gleich jetzt wird. E-Quark ist jetzt der Erste, gegen den wir antriegen. Und wie gesagt, er bekommt 110 Euro, wenn er gewinnt. Er hat 50.000 Pokale. Zu krank. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe Colt immerhin auch auf Rang 30 tatsächlich. Und ja, wir werden auf jeden Fall sehen. Ich würde sagen, let's go, Freunde. So, oh mein Gott, Freunde. Es geht auf jeden Fall los. Ich würde sagen, ich jumpe lieber nicht in die Mitte. Ich glaube, das wäre schlauer. Und ich konzentriere mich jetzt natürlich extrem, Freunde. Ist klar. Oh, er hat direkt Gadget aktiviert, auf jeden Fall. Interessant. Digga, oh mein Gott. Das wird was, Alter. Vor allem wie so Colt, Digga. Nur weil er so OP ist aktuell, oder was? So. Okay, Freunde. Okay, okay, okay. Okay. Ja. Uff. Okay, okay. Also noch habe ich natürlich... Nein, Digga. Lost. Oh mein Gott. Das ist ganz, ganz mies. Okay, er hat auch immerhin Gadget nicht getroffen, Alter. Ah, Mann. Digga, es ist so unfassbar, Digga. Alter, Junge. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, Freunde, aber... Das ist echt mega schwer. Oh. Nein, als ob ich das nicht getroffen habe. Ah. Nein, Junge. Er zieht mich so hart ab, Mann. Ey, das ist echt lost. Real talk, Alter. Digga, ich treffe ihn halt auch einfach nicht. Jo, wahrscheinlich, Junge. Oh mein Gott, Alter. Er zieht mich so hart, ne? Er zieht mich einfach so hart. Oh, ja. Oh, Bruder. Ich habe ihn fast gehabt. Nein. Digga, oh mein Gott. Das ist wirklich unfassbar. Ja, ich habe gar nichts machen können. W. E-T-F. Ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt in der Luft stecken geblieben. Digga, das war es wirklich komplett. GG an der Stelle. Ja, moin. Ich konnte ja nichts machen, Alter. Lul. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich mache mal hier gut gespielt, dann fand ich das auf jeden Fall. Okay, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Ja, wir haben gesehen, ich hatte gar keine Chance mit Colt. Ich muss auch echt sagen, natürlich sind so Pros mit Colt sehr, sehr krank unterwegs. So, deswegen ist es auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich schwierig. Oh, Leute. Ich sehe auch gerade eine schöne Freundschaftsanfrage hier von E-Quack, Leute. Die akzeptiere ich natürlich auch. Klare Sache. Und dann laden wir uns auf jeden Fall mal den Hyra ein. Oder Hyra, Leute. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Sorry. Und dann kann er sich den Brawler auswählen. Aber ich sage jetzt mal so, nicht mehr Colt, ne? Okay, ich bin mal gespannt, welchen Brawler er nimmt. Piper, zweites Gadget. Okay. Uff. Piper, muss ich sagen, finde ich aber ganz nice. Finde ich ganz nice. So, dann nehmen wir das zweite Gadget. Okay, okay. Und natürlich schnell des Snipen. Dann geht es jetzt los. Er hat auch 50.000 Pokale. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja gegen Hyra zu gewinnen. Oder Hyra. Das wäre sehr, sehr krank. Auch hier werde ich das nicht machen, dass ich den Stern, also dass ich reinjumpe, meine ich. Sondern ich werde hier direkt... Oh, lol. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn. Das Ding ist natürlich... Das Ding ist natürlich... Er ist halt reingejumpt. Das war natürlich sein Risiko in dem Fall. Okay, okay. Uff, okay. Nein! Das war so gewastet, das Gadget, Mann. Er weiß ja, dass er sich die aufsparen kann, natürlich. Oh, okay, okay. Kritische Sache hier. Oh mein Gott, Bruder. Er ist so knapp, wirklich. Oh, Junge. Ich muss hier so campen, Alter. Oh mein Gott, er ist weggejumpt im letzten Moment. Er ist im letzten Moment weggejumpt. Oh, Bruder. Okay, okay. Okay. Nein! Oh mein Gott, Junge. Es war so knapp. Okay, okay. Nein! Mann! Oh, Junge. Ich muss jetzt alles reinwerfen. Ich muss voll Risiko gehen, Digga. Mann! Er ist wirklich unfassbar, Mann! Okay, schade. Konnte ich leider, leider auch nichts machen, Freunde. Ihr habt es gesehen. Trotzdem, also wirklich GG an der Stelle. Also Piper war natürlich ein bisschen einfacher als Cole, fand ich persönlich. Aber, Junge. Oh mein Gott. Auch GG, sehr krank gemacht. Er hat auf jeden Fall die Gadgets gut aufgespart, bis zum Ende, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ich schreibe jetzt einfach mal, gut gespielt. Dann wird er das schon verstehen. Gut gespielt. Now you take. Und jetzt, Leute, jetzt wählen wir mal den Brawler aus, den die beiden spielen müssen. Ich würde sagen, was ich ganz nice fände, wäre so ein aggressiver Brawler. Deswegen sage ich auch Piper einfach. Ich fände das auf jeden Fall witzig. Take Piper both. Dann verlasse ich auf jeden Fall die Lobby, Leute. Das tut ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt werden auf jeden Fall Hydra versus Equac das Ganze machen, Leute. Oh mein Gott, ich finde das so krank. Beide 50.000 Pokale. Die Frage ist natürlich, wer wird besser sein auf jeden Fall von den beiden, ne? Ich persönlich tippe einfach mal Equac. Aber ich weiß nicht, Freunde. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Komm, gönn, Zuschauer-Modus, gönn. Okay, nice. Es geht los, Freunde. Oh mein Gott, ich bin gespannt, Alter. Und? Boom. Okay. Okay, okay, okay. Oh. Okay, ausgeglichen bisher. Oh, stark. Okay, der erste Kill hier auf jeden Fall für Hydra. Freunde, das ist spannend. Beide 50.000 Pokale. Man muss ja echt sagen, dass es echt geisteskrank ist. Von beiden natürlich. Deswegen bin ich sehr gespannt. Piper, sehr aggressiv natürlich auch. Das heißt, es wird hier schon die Kills geben. Alter, der zweite Kill von Hydra. So, sehr krank. Mal schauen, wer wird von beiden hier überzeugen, Leute? Wer wird von beiden hier überzeugen? Oh mein Gott. Okay. Ich habe ja Equac getippt. Noch hat er eine Chance. Er hat noch eine Chance. Okay, er hat ein bisschen down bekommen. Er hat ein bisschen down bekommen. Jetzt muss er Gas geben. Oh mein Gott. 7 zu 0. Was? Krank, Alter. Okay, er jumpt rein. Er jumpt rein. Okay. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Oh, okay. Alter, Junge. Er macht das wirklich so stark. Er macht das wirklich so stark. Das hätte ich echt nicht gedacht. Was? Oh mein Gott. Okay, das ist natürlich krank. Vielleicht wäre es mit Colt andersrum gewesen. Ich weiß es wirklich nicht, ne? Ich habe jetzt wirklich nur Piper genommen, weil ich dachte, okay, das wären spannende Games hier. Junge, oh mein Gott. Krank. Okay, aber noch ist alles drin theoretisch, wenn er ihn jetzt direkt holen würde und dann aggressiv reingeht. Er campt aber auf jeden Fall. Ich glaube, er hat schon, ich weiß nicht, ob er aufgegeben hat, aber er weiß halt, dass er nicht mehr viel machen kann. Lol. Oh, jetzt hat er, er hat vielleicht eine Chance kurz. Ich weiß es nicht, aber, Alter, mein Respekt auf jeden Fall hier. Hat Hyra tatsächlich eindeutig nochmal gewonnen. Sehr, sehr krank. GG auf jeden Fall. Ja, Leute, damit sehen wir auf jeden Fall, ja, Hyra ist auf jeden Fall der Gewinner von diesem kleinen 1-2-1-Turnier. Einmal mit 50.000 Pokalen, 50.000 Pokalen und, ja, 30.000 Pokalen, ne? Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krank. So, Freunde, hier sehen wir auf jeden Fall nochmal hier die beiden Kollegen. Die haben auch beide Schokopiper, komm, dann nehmen wir die auch auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hat mich mega gefreut, dass die beiden mit im Video dabei waren. Und Glückwunsch, wie gesagt, Anhörer, er hat hier das kleine Mini-1-2-1-Will gewonnen. Beide bekommen jetzt natürlich ihre 110 Euro Preisgeld nochmal. Und checkt die beiden ab in der Videobeschreibung, Leute. Lasst unbedingt ein Like da. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Und ciao. 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 Ciao.